Lasse hier wieder zunächst mit der Ausatmung den rechten Arm nach vorne, das linke Bein nach hinten gleiten. Komm, einatmen, wieder zurück. Und nun ausatmend einmal die Wirbelsäule rund nach oben zu schieben. Stell dir vor, dich fasst jemand an den Rippenbögen und zieht dich nach oben ein. Komm, wieder zurück. Aus, der linke Arm geht nach vorne. Rechtes Bein nach hinten und ein, wieder zurück. Auch hier kommt unsere Katze wieder dazwischen. Ein, komm wieder heran. Nochmal rechte Seite. Lang und wieder zurück. Und aus. Und der Rücken. Ein und aus. Ein, wieder zurück. Aus. Wieder unsere Runde Rücken. Ein, wieder zurück. Wechsel hier noch. Eine letzte Runde in die Rücken. Eine letzte Runde in die Rücken. Eine letzte Runde in die Runde. Eine probablyg deux Rücken. Oder in die Rücken. Eine letzte Runde. aisch.